willkommen zurück zum nächsten habe ich bin inzwischen bei corkey und ja ich zock wieder mit laura und ein paar abonnenten einmal gut geil gegoo mit der set superplexe mit wai und shitsudo mit rice und ja ich habe mir mal ein paar andere runen jetzt rein gemacht mit corkey bisschen weniger angriffsschaden als sonst aber dafür hybrid pen zum beispiel drin mit corkey eigentlich immer ganz gut weil man eh die sauberer schuhe baut und der sehr viel magischen schaden macht na guck kommt schon der erste sehr gut so ich glaube ich gehe mir ja ich gehe mir nichts kaufen vielleicht kommt er noch einmal wir kommen kannst du eigentlich auch schon mal die mitte gehen die kommen jetzt von der anderen seite da bin ich mal gespannt wie der typ mit asia spielt je nachdem wie man das hier spielt ist am lake übelst stark also ja early game ist nicht sein aber ich mag jetzt nicht die sich im early game hat gar nicht werden können ich finde dass hier ist so ein bisschen schwächer im gegensatz zu anderen mit ja das auf jeden fall sind oder eine ari oder so vergleichster macht der echt viel zu wenig der mensch ja aber wenn man zeit richtig macht bleibt einfach die ganze zeit nur auf abstand mit er hat sich auch naja du kannst als fahrer und das hat der vorteil hast doch mal ihre mitte die gegner haben nämlich kein jungler irgendwie die haben jedenfalls einer von denen hat es mal vergessen anscheinend keine ahnung was die da machen vielleicht double top kater jüngle wahrscheinlich kater jüngle das gehen soll frage ich mich allerdings ohne smite ja gar kein klier stirbt ich komme mal weg ich komme mal weg Okay, Thresh mehr Okay, Thresh hat beides raus Versuch mal dich das nächste mal vorzustellen Sehr gut Das hat halt so ein bisschen gerippt Sehr gut Alter Hätte nicht gedacht, dass er noch steht Diese Cut-Up-Plays Pst Kommt hier ein Was Laura, lass Kann mir nicht helfen, kriegst du den alleine? Oh ja, nice Na Ist halt geflasht, das war der Flash Sonst hätte das funktioniert Aber gut Ich bin in den Tower daher geflasht Und sie ist halt daraus weggeflasht Ich hab jetzt Sheen, wir können jetzt richtig hemm gehen Ich hab nichts Ja Ja Ja, ein bisschen ja wunderbar Wie gesagt, wenn der Thresh Dings raus hat Seinen Queue kann ich eigentlich Welche Elohunternummer ist hier? Ich glaub Gold auch Gold 5 Okay Okay Mein Problem ist ja eher sein Flay, ne? Ist cool Ja, ja Das ist nicht der Problem Laura Ja Wenn ich bürste einfach den Obwohl der Thresh hat zu mir geladen Die Jinx hat halt gar nichts, ne? Die hat halt nichts an Leben Sehr schön Laura Auch sehr schön Pirac Ich weiß nicht warum der Die Jinx nochmal Also die Idee war ja nicht schlecht, aber War jetzt schon zu doll gebürstet Ja Ja Also sie ist zurückgegangen Okay Knaller Schön wie Knaller reinballern Ich bin ja mal überlegen Ob ich auch mal einen etwas anderen Korki ein Bild ausprobieren Was? Never say shit sims Never say shit sims Ja Ah These agree Bagel the mines vergessen Never chase this shit Ich glaub der Freie auch gesehen Wer war doch de low? Ja ist okay Willst du den haben? Kannst auch go machen Laura Kannst auch go machen scheiß ulti man na ja passiert laura sollte zwar nicht passieren aber hey das da kann ich da nichts für nee was nee da war auch eher so gemeint war ein bisschen an lucky dass er noch seine box helfe ich kann dir nicht helfen sorry du ich hatte gerade wieder meinen schatten ab konnte nicht mehr über die wand springen die pink war schade das ist aber kurz vorhaben das ist einfach fließen also hier ist weg wir können nicht dran wenn die rangehen wollen zum fahren pushen halt die ganze zeit aber noch teleport ready also falls vielleicht mal reingehen wollt ich würde voll gerne reingehen willst du echt fließen weiter ja fließen meine ich damit die rankommen ich weiß dass ich ulti hab kriegst du den safe und mach ignite drauf ich krieg den ja tschuldigung hat zu spät gesagt alter ok hat er noch gereicht deine ignite hätte eh nicht mehr gekriegt doch das darf ich schon du bist ganz frisches draufgesetzt gehabt ja ich will den minion noch teilen kathas mit komm mit minion wir teilen uns dahin komm mit das war aber ganz schön close ey ok ja der grund das frage mich auch immer viele warum man sich mit korki kathas mit der grund war mit kocki fast nur magischen schaden macht abgibt der einzige was halt physischen schaden macht es die getlinger und die die einzig und allein dazu die arme von dem so ein bisschen zu schreiten in dsc oh was haben wir denn schon haben die haben die karte mitgespielt nee die katharina ist die ist tatsächlich ja ja weiß ja nicht wie ich es geschafft hat aber sie hat es geschafft das war gut gemacht einfach weil ich finde diesen bürz und kocki so krank da wäre ich ja wenn du rein fliegt qr und auto tech macht das ist so viel bürz gerade mit leona zusammen ist einfach nur proben besonders selbst wenn die irgendwann in der base stehen kann ich halt mit den raketen zu tode poken ja hört schon krass ich dachte ja der hier der dev hat ja auch bei den worlds hatte ja die maske gebaut damit kocki die hatten so ein übelst poklin aus jason niederlea oder so und dann noch korki ich bin relativ um hat der korki einfach die maske gebaut vier minuten niederlea oder so und dann noch keine niederlea oder so und dann noch mal haben wir jetzt auch noch mal die die riech die 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 Ich dachte jetzt ist doch mal ein Zeitpunkt um einen Minion zu heilen. Ich liebe die Implementation der Turret Akku in diesem Spiel. Ja gut, das hat nichts damit zu tun, ich war ja out of range. Ach scheiße, da war ich zu spät. Hast du einen Ward, Laura? Ja, aber ich war zu panisch damit beschäftigt, meine Heepots noch einzuwerfen und was zu machen. So, ich geh mal auf Blade, mal sehen wie das so wird. Ich hätte noch zwei Sekunden mehr gebraucht, um reagieren zu können. Aber naja, die hat sie mir nicht gegeben. Die kleine rothaarige Cutter. Cutter, das wolltest du wirklich sagen Laura, Cutter. Das wollte ich wirklich sagen. Oh ja, sie hat aber gut gefahren, äh 76. Ich habe schon gedacht, wenn jemand mit so einem Namen kann eigentlich nur ein Smurf sein, weil das wäre irgendwie unsinnig. Das ist ja great, lol. Hey Laura, ich bin nicht mehr da, ne? Ja, ich mache ja auch nur Angst. Denkst du denn, was ich hier alleine vorhabe? Keine Ahnung, manchmal, Laura gehst du so hemmen, da denke ich manchmal, du chargst in den Nexus rein. Wenn ich chase oder wenn da halt was geht gerade, aber ich hab doch Ulti schon raus und alles, wenn ich jetzt noch alleine hinterher geh. Teilen. Nö. Jungle Cutter war nur halb geplant. Dann nenne ich mal Burst. Die Weins sind tot, ey. Lass mal weg Laura. Hier ist ne Wort. Cutter kommt. Hört ihr mich noch, nur soll das Frage? Ja. Okay. Naja. Bei einem PC manchmal rumspackt und dann hängt sich mein Mikro auf und ist es aus. Kommt ihr da noch weg, Leute? Ich geh lieber wieder auf die richtige Seite vom Tower. Oh, da kommt ein Teleport. Der ist aber low. Also der hat 600 Leben untersatzt. Nein, ich sterbe! Ich komm zu dir, Perak. Ich will nicht sterben. Ich flashe zur Seite, ja. Ich hab überlebt. Jank ist immer da super low. Gib mir den Assist auf. Nein, der Minion Block! Alter, der übelste Minion Block! Epic Minion Block! Was zum Teufel, Alter? Die haben mich eingequetscht! Nein! Die haben mich eingequetscht! Hast du das gesehen, Mann? Mein Korki ist einfach zu spät. Ja, ich konnte dich einfach gar nicht mehr bewegen. What the fuck, Alter? Und deswegen hab ich noch einen zweiten Turm mitabbekommen. So ein Kack! Ja. So bitter! 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 Puppeter! Bitter! 296 Schaden von Gamecharakter Display, namely Ice Block Basic Attack. Ja, der Ice Block macht halt viel Schaden, ne? Ja. Die machen Dragon, die machen Dragon! Die haben keinen Smite! Die haben keinen Smite! Entschuldigung, ich hab gerade jemanden gejagt. Das war lustig. Ich muss hier ne Wad kaputt machen. Ich komm gleich zum Drag. Boats sind very important. Ich kann den auch tanken, wenn du möchtest. Da kommt der Singed. Wie wär's, wenn wir den Drag noch eben machen? Nein? Erst campen? Okay. Jetzt den Drag? Das war ein fieser Flash. So nehm ich die mit. Na, wie geht's? Boah. Mach doch nicht weg. Nice. Boom! Einfach nur geplatzt. Dieser Peric. Ja. Sprengung auf Doom. Dieser Peric. Nicht von dieser Welt. Wenn im Abendset AD Carries dran sind, dann ruht er einfach nur. Und solange es nicht Cassiopeia ist, ist er glücklich. Ja, der Cassiopeia, alter. Das ist richtig freudig, ey. Ich erinnere mich nicht daran. Ich erinnere mich nicht daran. Dieser Rise. Good job. Einfach nur. Einfach nur. Reinlaufen, töten. Die Minions habe ich nicht wieder zum Tower zurückgelassen. Die sind echt gemeinte Minions. Bist du gerade rein, Waikürt? Ja. Ach nice. Wer kann, der kann. Also ich hab den Inhibitor einfach zu Ende gemacht. Ist Leona mit ihr Primade? Ich bleib hier. Hey, wir sind alle Primade. Laura. Ich hab doch gesagt, ich bleib hier. Achso, ist Leona mit ihr Primade. Tut nur so. Oh. The Place. Rekt. Ich hab mir schon gedacht, dass der mich mit erwischen wird. Aber ich dachte, komm, Greed ist nochmal rein. Man kann es ja mal versuchen. Warum sind die denn nicht alle Primade? Ach gut, weil die wahrscheinlich höhere Matchmaking Edo wahrscheinlich an sich haben. Wir auch. Ja, alter. Wieso fragt ihr mich dann, ob er Primade sind, wenn die alle Primade sind? G to the G. Wir auch. Der Rice kann den Blue nehmen. Oder Zed. Mit Zed. Viele glauben aber nicht, dass mit Zed das gut ist. Aber du erhöhst deine Regeneration von 10 die Sekunde auf 16. Das ist halt richtig nice. Okay, dann hol ich mir den. Also das hab ich erst selber gemerkt, als ich Zed immer gespielt hab. Ist halt richtig fett. Gut. Wieso? Wo ist mein ADC? Und wo sind meine Kills? Ich will jetzt probieren die Jings zu töten. Wo gehen wir hin? Okay. Jings ist down. Warum hast du eigentlich Vision auf die? Ach, weil die angegriffen hat aus dem Push, ne? Nein, sie steht eigentlich nur rum, aber ich hab sie trotzdem gesehen. Weiß nicht worum. Nein! Machen wir die Mitte jetzt, ne? Merci. Ich muss sie. Okay, die haben wir nicht. Hahaha. Alter. Was? Hahahaha. Mal wenigstens nehmen sie es mit Humor. Mensch, ich muss über die Werden lachen. Selten. Jupp. Nein. Ähm. Ja. Oh. Nicht in das Giftgas laufen. Nicht in das Giftgas laufen. Hallo. Oh nein! Er hat ihn noch rausgekriegt! Was? Sorry. Ich hab ihn noch rausgekriegt! Ahhhh. GG. Der Gero, ey. Er hat mich einfach sterben lassen. Eiskalt. Ach ne, du hast keine Ultimae, oder? Oh, der ist von mir Blaze. Secret Blaze von Zed. Oh, der Schurring auf du! Oh, der Schurring ging voll ins Leere! Aber die Minions sind Minions! Los, Minions! Minions! Na! Ich hab mein Blader Schurringking vergessen! Scheiße! Ja! Diese Minions! Diese Minions! Solche Minions! Oh, ich geb mal einfach auf! Warum werde ich denn mit dir gecued? Warum nicht? Ist halt ungünstig, weil, ähm, über Primert halt. Wenn hat jetzt die Aufnahme mit Kasupaya wahrscheinlich gewesen, der hätte mich wahrscheinlich weggerippt, volle Kanne. Mhm. Ist halt einfach ungünstig. Es gibt halt ein paar Champions, die man dann... Ich glaub, du sollst dir meinen Red holen. Ich glaub, wir sollten einfach finishen. Ist auch wieder wahr. Ha! Den hab ich! Das war ja eigentlich im Teamspeak, ne? Wai ist, glaub ich, das einzige. Nee. Genau. Nee, der hat keinen Teamspeak. Oh, so. Verjagt er doch nicht gleich. Ja, wo hast du ein Ward? Mhm. Ja. Ja. Aber, wenn man sowas einfach so fragt, dann bin ich nervös. Zwischendurch. Mit nem Fall so was zu fragen, ist immer ganz schlecht bei mir, weil dann guck ich nur noch auf mein Inventar und zähl meine Wards durch und denk, oh, okay, ich hab ein Pink-Word, ich hab hier normale Wards, ich hab mein gelbes Trinket noch nicht getauscht, und dann muss Peric alles alleine regeln. Das geht ja nicht. Okay. Peric macht das alles alleine. Alles. Für sowas eignen sich die roten Verzauberungen immer ganz gut, wenn man da Mufferzweat kriegt. Gerade mit Phage oder mit Triforce halt. Oh! Nein! Die haben mich gesprengt! Die Schweine! Alter, wie die gerippt werden. Sprengung auf dem. Ich muss sagen, mit den Runen hat das ganz gut funktioniert. Ein bisschen Hybrid-Penn. Ich denke, ich tausche jetzt, wenn man ein Trinket. Ich glaube nicht, dass wir es denken können. Dieser Rise. Alter, du hast aber auch gar nicht Tanki gebaut, ne? Einfach auf dem Auto. Pfff! Tanki, das ist überbewertet. Äh, sind wir jetzt wieder am Leben? Schmeckt das schon. Lauf! Komm hier nicht mehr weg. Ich auch nicht mehr. Nein! Na komm! Oh! Schade. Ich weiß, was mir fehlt. Ich brauche ein Schwert des Göttlichen. So ist es. So, dass wir die weinen. Lauer. Rett einfach durch die Mitte. Durch die Mitte. Durch die Mitte. So, wir können jetzt eigentlich durch. Let's do this. Boys and Girls. Let's rip them. Jynx hat sich schon verabschiedet. Jynx hat sich schon verabschiedet. Jynx hat sich schon verabschiedet. Alter, da wollten sie nicht aber haben, ey. Mit allen Mitteln. Jetzt kann ich nicht für mein schwertes Geld schön fertig stellen. Schade. Jynx, die wird gleich bomben. 100 pro. Ja, du, die kam schon raus. Oh, die hat mich echt mal gekriegt, ey. Glitzer gar nicht, ey. GG. LOL. Oh, finish that! Noooos! 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 So, jetzt erst mal ein Mini zu sterben. Boah! Gut, Leute. Gut, schreibt mal in die Kommentare und schreibt doch mal rein, ob ihr schon mal Korki auf AP versucht habt in der Mitte und dann würde ich sagen sie uns zum nächsten Mal bis dahin. Hau rein!